Elisabeth Selbert ist eine Frau, die sich aus kleinen Verhältnissen nach oben gearbeitet hat, die eine Idee hatte, nämlich die Situation der Frauen in dem Nachkriegsdeutschland zu verbessern, mit Engagement verfolgt hat. In vielen Vorträgen hat sie dafür gekämpft und hat letztlich Erfolg gehabt. Mich beeindruckt ihre Entschiedenheit, ihre Entschlossenheit, mit der sie aufgetreten ist und so sehr, sehr überzeugt und sehr sachlich gleichzeitig ihre Sachen durchgezogen hat. Also sie hat wirklich sehr genau gewusst, was sie wollte und hat es durchgezogen und hat dabei aber auf eine nicht polemische Art, sondern wie man das ja heute aus der Politik oft kennt, sondern sie hat es wirklich sehr sachbezogen, als Juristin auch immer sehr sachlich exakt alles gemacht und trotzdem sehr entschieden und sehr engagiert. Und das finde ich schon eindrucksvoll. Ein Vorbildcharakter hat sie so weit, wie sie wirklich gesagt hat, wenn ich mich nicht engagiere, wenn ich mich nicht selbst persönlich einsetze, wird sich nichts ändern. Das ist das wesentliche Vorbild, was ich sage, wo andere daraus lernen können. Auch dann, wenn du scheinbar allein und auf verlorenen Posten stehst, engagiere dich in der Sache, wenn die Sache richtig ist. Wenn du nur engagiert genug dieses Thema aufgreifst, wirst du Freunde finden, auch wenn sie nicht in deiner Partei, auch wenn sie nicht in deinem Verein sind. Du wirst Freunde finden, Menschen finden, die deine Ideen unterstützen. Und wenn man sich zusammentut, kann man was erreichen. Elisabeth Selbert war eine sehr kluge und sehr hartnäckige Frau. Denn es war ja kein leichter Weg, den Artikel 3 Absatz 2 in das Grundgesetz zu implementieren. Denn der Satz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, der Bedurfte des dauerhaften Kampfes durch sie. Sie musste sehr, sehr viel Frauen mobilisieren, sehr viele Gewerkschafterinnen mobilisieren, aber auch überparteiliche Frauenverbände, um dieses durchzusetzen. Und diese Hartnäckigkeit und ihr Mut für die damalige Zeit, das hat mich schon sehr beeindruckt. Elisabeth Selbert wurde 1896 in ärmlichen Verhältnissen geboren. Ihr Vater war Justizwachtmeister, da war das Salär und monatliche Gehalt auch nicht so groß. Sie hat in der Anfangszeit ihres Lebens, die sie wesentlich geprägt hat, im bäuerlichen Umfeld von Nierzwirren gewohnt. Die Urgroßeltern von mir waren einfache Leute gewesen. Sie war mit Sicherheit von ihren Eltern aufs Beste gefördert worden. Mein Urgroßvater, der Vater von Elisabeth Rote, war Gefängnisausseher in der Elfe hier in Kassel gewesen. Und seine Ehefrau, die Mutter von Elisabeth, war eine einfache Landfrau gewesen, die von einem kleinen Bauernhof in Niederzwirren abstand. Nein, die Eltern haben sie auf das Beste gefördert, aber sie hatte schon von klein auf einen Blick für Gerechtigkeit und hat sich deshalb für Gerechtigkeit eingesetzt. Elisabeth Selbert ist schon sehr früh als junge Frau mit Ungleichberechtigung zwischen Männern und Frauen in Kontakt gekommen, soll man euch dies mal ausdrücken. Sie hat beispielsweise die mittlere Reife gemacht in Kassel und hat dann das Abschlusszeugnis nicht bekommen. Diese stand seinerzeit nur Männern zu. Und diese Ungleichbehandlung, die hat sie sehr verletzt und sehr gekränkt. Und das war der Zeitpunkt, wo sie angefangen hat, für Frauenrechte zu kämpfen. Während der Zeit des Ersten Weltkrieges lernt sie Adam Selbert, ihren späteren Ehemann, kennen. Er ist Mitglied in der SPD, wodurch auch bei Elisabeth das Interesse an Politik steigt. Sie setzt sich dafür ein, dass auch Frauen in Parteien aktiv mitwirken können. Ihr Mann unterstützt sie und ermutigt sie auch. Ihr Abitur nachzuholen und ein Studium zu beginnen. Sie war ja in den 20er Jahren schon Politikerin in Kassel-Niederzweren, also damals noch Niederzweren als eigenständige Gemeinde gewesen, hatte dort schon für die SPD im Parlament gesessen und sich auch damals schon teilweise mit Fragen von Gleichberechtigung beschäftigt. Nicht in dem Maße wie später, aber sie war, glaube ich, für das Thema schon sensibilisiert. Sie hat 1920 schon mal an einer Reichsfrauenkonferenz der SPD teilgenommen. Da gibt es noch Unterlagen davon. Also das heißt, sie war einfach in dem Themenbereich schon drin. Und dann bot es sich natürlich an, das auch in dem Zusammenhang einzubringen. Sie ist, nachdem sie 30 Jahre alt wurde und ihr Abitur in Kassel gemacht hatte, nach Marburg gegangen und hat in Marburg studiert, hat später in Göttingen studiert und dort ihre Dissertation geschrieben, ist aber dann nach Kassel wieder zurückgekehrt. 1926 beginnt sie ihr Jurastudium und wird 1934 Kassels erste Staatsanwältin. Im selben Jahr verbieten die Nazis allen Frauen als Staatsanwältin zu arbeiten. Ihr Mann kommt zu dieser Zeit wegen seines politischen Engagements in ein Konzentrationslager. So, dass Elisabeth die Familie alleine versorgen muss. Elisabeth Selbert ist eine hoch angesehene Sozialdemokratin, die für ihre Interessen gekämpft hat, auch in der Zeit des Dritten Reiches. Sie konnte sich zwar nicht so hervortun, dann wäre sie im KZ gelandet, aber sie hat nach dem Krieg sofort wieder die Ideale der Sozialdemokratie nach oben gehalten und hat insbesondere für ihre Ideen gekämpft in vielen Vorträgen. Ganz viele der Demokraten, die es in den 20er Jahren gegeben hat, genau die Menschen, zu denen auch meine Großmutter Elisabeth selber zählte, die nach dem Ersten Weltkrieg zum ersten Mal in Deutschland sich für eine richtige demokratische Entwicklung eingesetzt haben, die sind während der Nazizeit verfolgt worden, ermordet worden oder ins Ausland vertrieben worden. Sie hat eine Zeit lang, ich glaube auch während des Krieges, ihre Kanzlei am Königsplatz gehabt. Ich weiß nur, dass sie danach, dass sie im Krieg auch ausgebombt war hier, dass sie da eine Zeit lang in Melsungen ausquartiert war und nach dem Krieg, nach 1945, dann 1946 oder 1947 in die Goethe-Straße gezogen ist. Deutschland lag in Trümmern. Die Regierung von Adolf war zerschlagen. Die politische Macht nach dem Zweiten Weltkrieg lag bei den Alliierten, beziehungsweise halt im Osten, bei der Sowjetarmee. Na ja, es ging darum, für die neu zugründende Bundesrepublik Deutschland eine Verfassung zu formulieren. Das heißt, die Grundsätze festzulegen, nachdem dieser Staat funktionieren soll, dieses demokratische Staatswesen. Und das wurde eben im Parlamentarischen Rat formuliert von 61 Männern und vier Frauen, die dort zusammensaßen über längere Zeit und das ausarbeitet. 1948 wird sie als eine von nur vier Frauen in den Parlamentarischen Rat berufen. Nur durch die Hilfe Kurt Schumachers, der der Parteivorsitzende der SPD war, wurde sie entsendet, als Vertreterin der niedersächsischen SPD. Eigentlich beschäftigt sich Elisabeth Selbert im Parlamentarischen Rat mit rechtspolitischen Fragen. Als sie jedoch bemerkt, dass die Gleichberechtigung von Männern und Frauen auch im neuen Grundgesetz nicht beachtet werden soll, fängt sie an, sich mit diesem Thema zu befassen. Sie formuliert den Satz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, der große Empörung im Rat auslöst. Die historische Bedeutung liegt darin, dass sie mit Engagement dafür gekämpft hat, dass im Grundgesetz drinsteht, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Ohne ihren Kampf hätten das die meist männlichen Vertreter in dem Parlamentarischen Rat, wären A, nicht auf die Idee gekommen und B, hätten sie das gar nicht so gewollt. Denn es hat große Kämpfe gegeben, diesen Satz.